Was sage ich eigentlich zu Formaten wie Germany's Next Topmodel? Kleiner Spoiler, 2021 war ich selbst Teil der 16. Staffel Germany's Next Topmodel und habe hier den 18. Platz belegt. Deswegen kann ich für dich ganz gut beide Seiten beleuchten, und zwar die normale Modelwelt und Germany's Next Topmodel. Ich persönlich finde die Sendung sehr unterhaltsam und würde auch meine Teilnahme dort nicht rückgängig machen. Gleichzeitig muss ich allerdings auch sagen, für die klassische Modelwelt bringt dir die Teilnahme an sich nichts, denn du lernst dort nichts über die normale Modelwelt. Klar können mehr Follower ganz hilfreich sein, nichtsdestotrotz ist es keine Garantie für eine erfolgreiche Modelkarriere außerhalb von GNTM. Ich bekomme relativ oft auch Nachrichten von ehemaligen Teilnehmerinnen, die mich dann fragen, wie sie jetzt ihre Modelkarriere nach GNTM starten können.